Liebe Konstanzerinnen und Konstanzer, ich möchte Sie heute herzlich einladen zu Gesprächen in den Stadtteilen und Ortschaften vom 5. bis zum 21. Mai. An sieben verschiedenen Terminen möchte ich in ganz Konstanz, jeweils in den einzelnen Stadtteilen und Ortschaften, eine Veranstaltung abhalten unter der Überschrift OB vor Ort, wo wir uns die Zeit nehmen wollen, Ihre Themen vor Ort zu besprechen. Und zum einen will ich Sie natürlich einladen, dort herzlich hinzukommen. Alle Termine dazu finden Sie hier unter diesem Link. Und zum anderen will ich Sie einladen, ebenfalls unter diesem Link etwas Neues mit uns gemeinsam auszuprobieren. Das ist nämlich ein Online-Verfahren, bei dem Sie Themen anmelden können und uns die Punkte schon im Vorfeld zeigen können, an denen wir vielleicht auch vorbereiten oder schon Informationen mitbringen können. Wir fänden das hilfreich und sind sicher, dass das dann auch dazu beiträgt, dass wir an dem Abend noch genauer auf das ein oder andere Thema eingehen können. In diesem Sinne, nehmen Sie doch bitte zahlreich teil an dieser Befragung und kommen Sie zahlreich zu den Veranstaltungen. Ich freue mich drauf, wenn wir uns spätestens dort persönlich sehen und wünsche jetzt erstmal schöne Ferien, schöne Ostern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.